Die Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich wirft ihren Schatten voraus. Los geht's in knapp drei Wochen. Bundestrainerin Martina Vosteklenburg hat am Dienstag ihren WM-Kader offiziell vorgestellt. Ich glaube, dass wir jetzt einen Kader benannt haben von 23 Spielerinnen, wo auch die 4, 5, 6, die nicht dabei sind, genauso den Anspruch gehabt hätten, dabei zu sein von ihrer ganzen Arbeit in den letzten zwei Jahren. Aber wir sind jetzt überzeugt, dass das Team ist das Team, was bei der WM performen kann, was auch etwas erreichen kann mit uns zusammen. Und von daher war es ein langer Prozess. Und ich bin wirklich jetzt auch ganz froh, dass wir diesen Prozess mit den entsprechenden Entscheidungsgesprächen auch abgeschlossen haben. Vor dem WM-Start steht für das deutsche Team zunächst noch das letzte Vorbereitungstrainingslager in Grasau am Bodensee an. Der Feinschliff für eine, dann hoffentlich erfolgreiche Weltmeisterschaft. Wir wollen natürlich den Gruppensieg erreichen. Das ist mal das erste Ziel. Das würde bedeuten, dass wir in die K.O.-Phase gehen. Das geht aber auch über den zweiten, gegebenenfalls sogar noch über den dritten Platz. Aber dann werden vermeintlich die Aufgaben schwieriger. Aber auch das weiß man nie. Und der zweite Punkt ist, wir möchten uns für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und wenn wir die acht europäischen Teams sind, die bei dieser WM dabei sind, dann gehören für mich sechs auch zum Favoritenkreis dazu. Das bedeutet, dass du mal Minimum ins Viertelfinale, wahrscheinlich sogar ins Halbfinale kommen musst, um dich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und da das unser Minimalziel ist, ist damit ja auch schon das WM-Ziel automatisch verbunden. Das erste Spiel am 8. Juni gegen China. Der deutsche Auftakt zum vielleicht dritten Titelgewinn nach 2003 und 2007.